Sie sind klein, sie sind grau und sie haben nur ein Ziel. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Pinky und der Brain, jetzt auf ProSieben. Endlich, der Mann mit der Maske sorgt auf ProSieben für Gerechtigkeit. Das wie Zorro in der zackigsten Trickserie aller Zeiten. Doch wie lautet Zorros echter Name? Schreibt uns die richtige Antwort und gewinnt mit dem ProSieben Club und Reisen und mehr einen zweiwöchigen Trip für zwei Personen nach Mexiko. Außerdem verlosen wir 100 Zorro-Figuren von Bienengräber. Und wenn es mit der Reise nicht klappt, in Reisen und mehr, dem neuen Reisekatalog vom ProSieben Club, gibt es viele weitere tolle Angebote. Infos zum Gewinnspiel und zu Reisen und mehr findet ihr im ProSieben Text und im Internet. Z wie Zorro ab 21. November auf ProSieben.